hallo und herzlich willkommen hier auf dem kanal von black white 1000 von mir und meiner schwester ja ihr seht es gibt mal wieder ein vlog für euch und ja heute gibt es mal wieder ein klassentreffen das heißt klassentreffen 2.0 und ja beim ersten habe ich euch ja auch schon mitgenommen und ich würde euch ja und ich würde sagen ich nehme euch heute auch einfach mal wieder mit und gucken was so über den tag passiert und ja ich würde einfach mal gucken wann ich filme ihr kennt die ganze prozedur und ja ich würde einfach sagen wir sind uns gleich wieder also bis gleich so meine lieben leute ich würde einfach mal sagen wir sind uns gleich wieder und ja so und da würde ich sagen da bin ich wieder fertig und ja ich werde mich gleich auf den weg machen und ja ich werde dann gucken wann ich filme und ja also wir sind uns gleich wieder draußen in der bahn in der stadt oder keine ahnung so meine lieben leute und ja ich würde einfach sagen wir sehen uns gleich draußen in der bahn und ja so meine lieben leute wir sind jetzt in der stadt unterwegs wollen jetzt zum maschsee und ja ich würde einfach sagen ihr kriegt dann eine timelapse bei maschsee wo wir jetzt hingehen und ja ich würde einfach sagen ich film das jetzt einfach und bis gleich so leute so leute wir sind hier am maschsee das mit wir sind rein für fortnite alles klar immer wieder gerne über fortnite ja jetzt müsste werbung reinschneiden so leute ihr kriegt keine fortnite werbung aber doch wenn irgendwie hat mal eine mami ist ja früher wie eine sehne raus warte wenn ihr fortnite werbung haben wollt guckt einfach mein letztes fortnite video nein guckt es nicht es ist schrott sagt die die nicht spielen kann sagt der mit dem ich die erste runde gespielt hab und wir von den typen weggenatzt wurden die hinter der wand standen ja wenn der hinter der wand steht sieht er uns eher als wir die die wand war noch heile ja und wir haben sie nicht gesehen du hast sie nicht gesehen du hast sie nicht gesehen du auch nicht ich wusste aber nicht wie das spielen richtig funktioniert du warst da der Pro ich spiel nur auf dem pc aber ich kann mit dem pc jetzt mit euch beiden mitspielen das sind wir nachher mal machen darauf sieht meine mutter das gut ihr habt einfach jetzt einen kleinen einblick gesehen oder bekommen das wusste ihr aber auch schon seit den letzten klassen treffen video ja da ist nicht viel passiert noch ne da ging es auch um dich ja wo wir dieses thema da reingebracht haben das können ja mal die leute kommentieren wer den film gesehen hat ja falls ihr euch daran erinnert könnt ihr ja nachgucken ob ihr es gesehen habt oder nicht ja Lukas, willst du was sagen? gut ich würde aber sagen wir sind uns spätestens auf dem heimweg wieder oder irgendwann anders falls etwas passiert mein Gott drehst du am tag immer viel das sind drei sachen und dann wir sind uns auf dem heimweg gut dann sehen wir uns halt gleich noch zwischendurch irgendwann ich weiß nicht wann ich weiß nicht wo zeig doch mal den Maschel nein der zeigt uns echt deine Sonnenbrille warte mal man kann glaube ich in meiner Sonnenbrille euch erkennen ja klar kann man das sehen das darfste nicht das haben wir wirklich gesehen ich weiß ich bin die Tussi mit dem Mundschutz ja aber jetzt ohne Mundschutz ja deine Kamera ist dreckig ne das ist so ist normal so alles klar gut wie gesagt wir sehen uns aber später ja warte mach meine was mach meine was 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 komm keiner redet mehr bis jetzt werden die Redner komm bitte auf die Redner komm bitte auf die Redner warte 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 und wenn ich jetzt gleich mit irgendeinem von euch rede nein jetzt hab ich sie da sorry dass mein Gehirngepick ist von der OP ich glaub nicht dass das eine OP ist ich geh gerade um Fabian ach ja das war ja was nein das hast du auch vergessen ich war mit ihr wie gesagt auch so ich war mit dem Mundschutz mit Big Game und sie meinte so zu mir ja sitzt zu heulen vor mich so was ist ja ich hab er hat dich nicht mehr betrogen mit der ATX sondern auch noch in den ersten drei Monaten Rebeziehung mit meiner Beziehung mit Fabian ich weiß und was willst du weißt ich weiß das hab ich dir auch gesagt in der Schulzeit weißt du nicht doch hab ich doch hab ich doch hab ich und ich hab gesagt er ist im Vollpfosten ich hab gesagt er ist im Vollpfosten so Leute ich würde sagen jetzt wisst ihr schonmal wie es so abläuft das hast du nichts das hast du nichts doch hab ich das hast du nichts auf jeden Fall und ja überall geblockt er sei es im Vollpfosten ich bin noch nicht fertig ich was was ich hör dir zu hab ich gesagt er ist für meinen Leuten fährt kannst du auch mal zu filmen also ne das ist lustig du kommst auf den Punkt und du lernst nicht schwimmen sag ich 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 hab kein sagen ja 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 und dann meinte er was welche Leute haben wir uns gemacht weißt du nicht Obama ja red weiter und dann meinte er ein Punkt und ich wollte wissen warum er mich bedrohen hat in den ersten drei Monaten was für bedrohen ersten Lappen ja gut ich würde sagen wir sehen uns gleich oder so und ja so mittlerweile sind wir aus der Klasse nur noch drei Leute aber ja sind alle gestorben oder wir haben sie umgebracht äh es kamen auch noch drei andere Leute und die kennt ihr alle hallo 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 als würde sie grad den Tod sehen Junge ja tut sie auch ihr wisst ja sie ist schüchtern kann man halt nix machen ja ne hier so ich würde aber sagen sie sind uns gleich wieder nach Hause ne dein Arzt so meine lieben Leute ich habe mir gerade noch was zu essen bestellt bin jetzt mittlerweile auch schon wieder zu Hause ja bei mir gab es Currywurst mit Pommes und da habe ich noch Pizzabrot und hier Tiramisu ähm ja ich würde aber einfach mal sagen das war es für heute mit dem Video oder eher gesagt mit dem Vlog ähm ja ich entschuldige mich auch nochmal aber das tue ich so oft und ja ich entschuldige mich nochmal dass keine Vlogs kamen in letzter Zeit sondern nur Gaming Videos es gab halt nix besonderes was ich hätte filmen können und mein normalen Alltag ist halt schwer euch mitzunehmen weil ich halt auf Arbeit bin und alles ist und ich kann dann halt nicht in meinen Vlog rausschauen aber darum soll es hier jetzt gar nicht gehen ähm ja wie gesagt ich hoffe euch hat das Video gefallen wenn ja lasst wir mal gerne ein Like da und na klar auch ein Abo damit ihr nix mehr verpasst schreibt auch gerne mal einen Kommentar in die Videos wie ihr die Vlogs dazu findet und was sich so verbessern kann und ja ich würde sagen wir sehen uns im nächsten Vlog oder Gaming Video haut rein und bis zum nächsten Mal Ciao Ciao